Mein Name ist Werner Seger. Mit SICKET arbeite ich seit rund 15 Jahren, schon aus den Zeiten, als der Herr Professor Binner das noch gemacht hat. Vertreibe ich das mehr oder weniger intensiv im Rahmen meiner geschäftlichen Tätigkeiten. Seit einem halben Jahr machen wir das auch in Rumänien, vertreten dort SICKET und versuchen das bei überwiegend mittelständischen Unternehmen auf dem Markt zu platzieren. Untertitelung des ZDF, 2020